Lektion 1 – Ein Meeting planen Hallo, Anna. Hast du einen Moment? Ich muss ein Treffen vereinbaren. Sicher, John. Ich bin verfügbar. Worum geht es bei dem Treffen? Es geht um die bevorstehende Projektfrist. Ich denke, es ist wichtig, dass das Team unsere Fortschritte und alle Herausforderungen, vor denen wir stehen, bespricht. Das klingt notwendig, John. Wann möchten Sie das Treffen vereinbaren? Wie wäre es mit Morgen Nachmittag? Gegen 14 Uhr? Morgen um 14 Uhr funktioniert für mich, John. Sollen wir einen Konferenzraum buchen? Ja, lassen Sie uns einen Konferenzraum reservieren, in dem das gesamte Team Platz findet. Ich kümmere mich darum. Großartig! Sollen wir eine Einladung zum Meeting an alle verschitten? Ja, das wäre hilfreich. Ich entwerfe die Einladung zur Sitzung und füge die Tagesordnung und alle relevanten Materialien bei. Perfekt, John. Es ist wichtig, das Team im Wohaus mit den notwendigen Informationen zu versorgen, damit es vorbereitet sein kann. Absolut, Anna. Klare Kommunikation und Vorbereitung sind der Schlüssel zu einem produktiven Meeting. Ich stimme zu, John. Es stellt sicher, dass alle auf derselben Seite sind und effektiv beitragen können. Sobald ich die Einladung zum Meeting verschickt habe, werde ich alle bitten, ihre Teilnahme zu bestätigen. Es ist wichtig zu wissen, wer da sein wird. Das ist eine gute Idee, John. Das hilft uns, entsprechend zu planen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Genau, Anna. Wir wollen das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit machen und sicherstellen, dass alle Beiträge gehört werden. Müssen wir für das Treffen noch etwas anderes in Betracht ziehen, John? Ich denke, wir sollten Zeit für offene Diskussionen einplanen und auf alle Fragen oder Bedenken eingehen, die das Team möglicherweise hat. Einverstanden, John. Die Schaffung einer offenen und inklusiven Umgebung fördert die Zusammenarbeit und fördert das Gefühl der Teamarbeit. Ich freue mich, dass du das glaubst, Anna. Es ist wichtig, dass sich jeder geschätzt fühlt und sich wohl fühlt, wenn er seine Gedanken teilt. Absolut, John. Durch die Förderung einer offenen Kommunikation können wir effektiver zusammenarbeiten und alle Hindernisse überwinden. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Unser Erfolg als Team hängt von unserer Fähigkeit ab, zusammenzuarbeiten und gemeinsam Lösungen zu finden. Gut gesagt, John. Ich schätze Ihren proaktiven Ansatz bei der Organisation dieses Treffens und bei der Sicherstellung, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Danke, Anna. Ich glaube, dass effektive Kommunikation und regelmäßige Check-ins für den Projekterfolg unerlässlich sind. Ich stimme vollkommen zu, John. Lassen Sie uns dieses Meeting zu einem produktiven Treffen machen und der Erreichung unserer Projektziele näher kommen. Definitiv, Anna. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der aktiven Teilnahme und dem Engagement aller Beteiligten Großes erreichen können. Ich teile dein Vertrauen, John. Ich freue mich auf das Treffen und darauf, gemeinsam auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten. Danke, Anna. Ihre Unterstützung und Ihr Engagement für das Team werden sehr geschätzt. Lassen Sie uns dieses Treffen zu einem Erfolg machen. Du bist willkommen, John. Ich setze mich auch für den Erfolg unseres Teams ein. Auf ein produktives und fruchtbares Meeting. Prost darauf, Anna. Lass uns weitermachen und die notwendigen Vorkehrungen treffen. Ich werde die Einladung zum Treffen in Kürze verschicken. Hört sich gut an, John. Ich werde bereit sein, während des Treffens Beiträge zu leisten und zusammenzuarbeiten. Danke, dass Sie diesbezüglich die Führung übernommen haben. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Wir machen das zusammen und ich bin dankbar für Ihre Unterstützung. Wir sehen uns beim Treffen. Lektion 2 Die richtige Schaufel auswählen Anna, ich möchte eine Schaufel kaufen, bin mir aber nicht sicher, welche für Anfänger wie mich am besten geeignet ist. Irgendwelche Empfehlungen? Das ist eine gute Frage, John. Ich würde vorschlagen, mit einer kleinen Gartenschaufel mit Spitzer Spitze zu beginnen. Warum empfiehlst du eine kleine Gartenschaufel, Anna? Eine kleine Gartenschaufel ist leicht und einfach zu handhaben und eignet sich daher ideal für Anfänger. Die spitze Spitze ermöglicht präzises Graben. Ich verstehe. Es wäre also einfacher für mich, es zu kontrollieren und effektiv zu nutzen, oder? Genau, John. Eine kleinere Schaufel gibt Ihnen mehr Kontrolle und Präzision, besonders wenn Sie in engen Räumen oder in der Nähe von Pflanzen arbeiten. Das macht Sinn. Ich möchte beim Graben nicht versehentlich Pflanzen beschädigen. Absolut, John. Eine kleine Gartenschaufel hilft Ihnen, unnötige Schäden zu vermeiden und sorgt dafür, dass Ihre Gartenprojekte erfolgreich sind. Gibt es noch andere Arten von Schaufeln, die ich in Betracht ziehen sollte? Nun, es gibt verschiedene Arten von Schaufeln für bestimmte Zwecke. Ich verstehe. Das hängt also von den spezifischen Aufgaben ab, die ich in meinem Garten erledigen werde. Ja, genau. Es ist wichtig, die Art der Gartenarbeit, die Sie ausführen werden, zu berücksichtigen und eine Schaufel zu wählen, die diesen Anforderungen entspricht. Das macht Sinn, Anna. Ich werde hauptsächlich daran arbeiten, Blumen und Gemüse zu pflanzen, also sollte eine kleine Gartenschaufel vorerst ausreichen. Das klingt nach einer guten Wahl, John. Wenn Sie mehr Erfahrung sammeln und verschiedene Projekte übernehmen, können Sie jederzeit in zusätzliche Tools investieren. Das ist wahr. Das ist ein kluger Ansatz, John. Es ist immer am besten, mit dem Mütigsten zu beginnen und Ihre Sammlung nach Ihren Bedürfnissen und Interessen zusammenzustellen. Ich schätze deine Anleitung, Anna. Es ist hilfreich, jemanden mit Erfahrung zu haben, der Sie berät. Gartenarbeit kann ein lohnendes und unterhaltsames Hobby sein und ich freue mich darauf, dass Sie anfangen. Danke, Anna. Ich freue mich darauf, mir die Hände schmutzig zu machen und einen schönen Garten anzulegen. Ich bin sicher, du wirst das großartig machen, John. Denken Sie daran, sich Zeit zu nehmen, den Prozess zu genießen und zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sie benötigen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Geduld und das Lernen von anderen sind der Schlüssel zum Erfolg bei jedem neuen Unterfangen. Absolut, John. Gärtnern ist ein kontinuierlicher Lernprozess und es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Ich freue mich darauf, mich auf diese Gartenreise zu begeben, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihren wertvollen Rat. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Viel Spaß beim Gärtnern und möge Ihr Garten gedeihen. Danke, Anna. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen alles Gute. Auf einen blühenden Garten und viele grüne Daumen. Lektion 3. Aktuelle Themen und persönliche Gedanken Ja, das war in letzter Zeit ein heißes Thema. Was sind deine Gedanken dazu? Nun, es gibt verschiedene Sichtweisen zu dieser Angelegenheit, John. Es ist wichtig, unvoreingenommen an die Sache heranzugehen und verschiedene Sichtweisen zu berücksichtigen. Ich stimme zu, Anna. Es ist wichtig, respektvolle und sinnvolle Diskussionen zu führen, um ein tieferes Verständnis des Themas zu erlangen. Absolut, John. Ein konstruktiver Dialog ermöglicht es uns, unseren Horizont zu erweitern und voneinander zu lernen. Also, was denkst du persönlich über das Thema, Anna? Ich persönlich finde es zum Nachdenken anregend und komplex. Es gibt stichhaltige Argumente auf beiden Seiten und es ist wichtig, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Ich verstehe. Es ist definitiv ein vielschichtiges Thema, das sorgfältig geprüft werden muss. Ja, John. Es ist wichtig, zuverlässige Informationen zu sammeln und sie kritisch zu analysieren, bevor sie sich eine fundierte Meinung bilden. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Es ist wichtig, dass wir unsere Gedanken auf Fakten stützen, anstatt uns ausschließlich auf Emotionen oder Hörensagen zu verlassen. Das ist absolut richtig, John. Fakten und Beweise sollten unser Verständnis leiten und unsere Perspektive prägen. Hattest du die Gelegenheit, dieses Thema mit anderen zu besprechen, Anna? Ja, ich hatte ein paar Gespräche mit Freunden und Kollegen. Es ist faszinierend, verschiedene Standpunkte zu hören und respektvolle Debatten zu führen. Das klingt aufschlussreich, Anna. Es ist wertvoll, vielfältige Gespräche zu führen, um unsere Sichtweisen zu erweitern. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Es ermöglicht uns, unsere eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen und alternative Sichtweisen in Betracht zu ziehen. Gibt es spezielle Ressourcen oder Artikel, die du empfiehlst, um mehr über dieses Thema zu erfahren, Anna? Es gibt mehrere seriöse Quellen, die eingehende Analysen und ausgewogene Standpunkte bieten. Ich kann einige Links mit Ihnen teilen. Das wäre toll, Anna. Ich freue mich darauf, mehr Informationen zu sammeln und mich weiterzubilden. Ich schicke dir die Links später, John. Es ist wichtig, sich auf glaubwürdige Quellen zu verlassen, um genauer und zuverlässige Informationen zu gewährleisten. Danke, Anna. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Suche nach zuverlässigen Ressourcen. Du bist willkommen, John. Es ist immer von Vorteil, nach Wissen zu suchen und über aktuelle Ereignisse und Trendthemen auf dem Laufenden zu bleiben. In der Tat, Anna. Gut informiert zu sein, ermöglicht es uns, aktiv an bedeutsamen Diskussionen teilzunehmen und zu positiven Veränderungen beizutragen. Absolut, John. Unser Denken und Handeln kann einen Unterschied machen, und das beginnt damit, dass wir ein solides Verständnis der anstehenden Probleme haben. Ich bin dankbar für unser Gespräch, Anna. Es hat mich inspiriert, mich eingehender mit diesem Thema zu befassen und aufschlussreichere Diskussionen zu führen. Das freut mich zu hören, John. Denken Sie daran, Diskussionen unvoreingenommen anzugehen und unterschiedliche Meinungen zu respektieren. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Es ist wichtig, ein Umfeld zu fördern, in dem die Stimme aller gehört und respektiert wird. Gut gesagt, John. Lassen Sie uns weiter lernen und gemeinsam wachsen, indem wir uns die Kraft des Wissens und des respektvollen Dialogs zunutze machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Vielen Dank, dass Sie Ihre Gedanken und Erkenntnisse geteilt haben. Es war ein wirklich bereicherndes Gespräch. Danke auch dir, John. Ich schätze Ihre Offenheit und Bereitschaft, bedeutungsvolle Gespräche zu führen. Auf kontinuierliches Lernen. Prost darauf, Anna. Bleiben wir neugierig und nutzen wir die Gelegenheit, unsere Sichtweisen zu erweitern. Lektion 4 Planung Ihrer Reiseroute Vergessen Sie nicht, Ihre Reiseroute zu planen. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten und Museen zu entdecken. Das ist eine großartige Erinnerung, John. Ich achte immer darauf, im Wohaus zu planen, um das Beste aus meinen Reisen zu machen. Wie planst du normalerweise deine Reiseroute, Anna? Ich beginne mit der Recherche der beliebten Sehenswürdigkeiten und Museen in der Umgebung. Dann priorisiere ich auf der Grundlage meiner Interessen und der verfügbaren Zeit. Das klingt nach einem systematischen Ansatz, Anna. Das hilft sicherzustellen, dass Sie die Orte, die Sie unbedingt besuchen müssen, nicht verpassen. Absolut, John. Eine vorausschauende Planung ermöglicht es mir, eine ausgewogene Reiseroute zu erstellen und das Beste aus meiner Zeit an einem neuen Reiseziel herauszuholen. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Museen, die Sie besuchen sollten? Das hängt vom Standort ab, John. Aber zu den weltberühmten Sehenswürdigkeiten gehören der Eiffelturm, der Louvre und das Kolosseum. Das sind in der Tat ikonische Wahrzeichen, Anna. Ich werde sie auf jeden Fall in meine Reiseroute aufnehmen. Gute Entscheidungen, John. Vergessen Sie nicht, für jede Attraktion genügend Zeit einzuplanen, vor allem, wenn Sie vorhaben, sie gründlich zu erkunden. Das ist ein gutes Argument, Anna. Wenn ich die Wahrzeichen überstürze, werde ich ihre Bedeutung nicht richtig einschätzen können. Genau, John. Nehmen Sie sich Zeit, tauchen Sie ein in die Geschichte und Kultur und schaffen Sie bleibende Erinnerungen. Gibt es neben berühmten Sehenswürdigkeiten und Museen auch Orte abseits der Touristenpfade, die Sie unbedingt erkunden sollten? Absolut, John. Ich nehme immer gerne ein paar versteckte Juwelen in meiner Reiseroute auf. Lokale Märkte, Parks und Stadtviertel können einzigartige Erlebnisse bieten. Das klingt faszinierend, Anna. Es ist immer faszinierend, die weniger bekannten Aspekte einer Stadt oder Gemeinde zu entdecken. In der Tat, John. Die Erkundung lokaler Orte ermöglicht es Ihnen, einen Einblick in die authentische Kultur zu bekommen und mit den Einheimischen zu interagieren. Wie stellst du sicher, dass deine Reiseroute ausgebogen und nicht zu voll ist, Anna? Ich versuche, ein Gleichgewicht zwischen Attraktionen, die man gesehen haben muss, und Freizeit zu finden, John. Es ist wichtig, etwas Flexibilität für unerwartete Entdeckungen und Entspannung einzuklanen. Das macht Sinn, Anna. Es ist gut, eine Mischung aus geplanten Aktivitäten und spontanen Momenten während der Reise zu haben. Absolut, John. Eine ausgewogene Reiseroute sorgt dafür, dass Sie ein unvergessliches und angenehmes Erlebnis haben, ohne sich überfordert zu fühlen. Hast du irgendwelche Tipps, um die Reiseroute effektiv zu organisieren, Anna? Ein Tipp ist, Attraktionen nach Ihren Standorten zu gruppieren. Dies minimiert die Reisezeit und ermöglicht es Ihnen, nahegelegene Orte effizient zu erkunden. Das ist ein praktischer Ansatz, Anna. Das hilft bei der Optimierung der Transportzeit. Ein weiterer Tipp ist, die Öffnungszeiten und alle besonderen Veranstaltungen oder Ausstellungen zu berücksichtigen, die während Ihres Besuchs stattfinden. Dies hilft, Enttäuschungen oder verpasste Gelegenheiten zu vermeiden. Das ist ein gutes Argument, Anna. Wenn ich über alle zeitspezifischen Ereignisse informiert bin, kann ich das Beste aus meinem Besuch herausholen. Und zu guter Letzt, vergiss nicht, etwas Platz für Entspannung und Auszeit zu lassen, John. Es ist wichtig, die Reise zu genießen, ohne sich gehetzt zu fühlen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Das Gleichgewicht zwischen Erkundung und Entspannung wird meine Reise angenehmer machen. Ich bin sicher, das wird es, John. Denken Sie daran, flexibel zu sein und die unerwarteten Momente zu genießen, die oft die besten Erinnerungen hinterlassen. Vielen Dank, dass du deine Erkenntnisse und Tipps geteilt hast, Anna. Ich fühle mich jetzt besser darauf vorbereitet, meine Reiseroute effektiv zu planen. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Genießen Sie Ihre Reise und verbringen Sie eine wundervolle Zeit beim Erkunden der Sehenswürdigkeiten und Museen. Ich schätze Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen alles Gute, Anna. Ich freue mich auf das Abenteuer, das mich erwartet. Gute Reisen, John. Möge Ihre Reiseroute voller unglaublicher Erlebnisse und unvergesslicher Momente sein. Danke, Anna. Ich werde dafür sorgen, das Beste daraus zu machen. Bis zum nächsten Mal. Lektion 5 Planung einer Kurzreise Ja, ich wollte schon lange einen kurzen Ausflug irgendwo hin machen. Irgendwelche Vorschläge? Das klingt aufregend, John. Je nach Ihren Vorlieben gibt es viele Optionen. Suchen Sie einen Städtetrip oder einen Rückzugsort in der Natur. Ich bin offen für beides, Anna. Ich möchte einen neuen Ort erkunden und eine erfrischende Erfahrung machen. Wie wäre es, eine nahegelegene Stadt mit reicher Geschichte und kulturellen Attraktionen wie Prag oder Barcelona zu besuchen? Prag und Barcelona klingen beide faszinierend, Anna. Ich werde Sie mir ansehen und herausfinden, welcher von Ihnen bei mir ankommt. Das ist ein guter Ansatz, John. Wenn Sie die Highlights der einzelnen Reiseziele recherchieren, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Gibt es neben Prag und Barcelona noch andere Städte, die du für einen Kurztrip empfehlen würdest? Wenn Sie Architektur und pulsierendes Nachtleben mögen, sind Amsterdam und Berlin eine Überlegung wert. Amsterdam und Berlin klingen nach pulsierenden Städten, die es zu erkunden gilt, Anna. Ich werde Sie zu meiner Liste der Möglichkeiten hinzufügen. Eine andere Option könnte ein Rückzugsort in der Natur sein, John. Nationalparks oder Küstenstädte bieten Ruhe und atemberaubende Landschaften. Das klingt auch ansprechend, Anna. Haben Sie bestimmte Rückzugsorte in der Natur im Sinn? Wie wäre es mit einem Besuch der schottischen Higlanz oder der Küstenstädte der Zinketerre in Italien? Die schottischen Higlanz und die Zinketerre klingen beide nach malerischen Reisezielen, Anna. Ich werde Sie weiter untersuchen. Gute Entscheidungen, John. Denken Sie daran, bei Ihrer Entscheidung Faktoren wie Reisezeit, Budget und verfügbare Aktivitäten zu berücksichtigen. Das sind wichtige Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich Sie bei der Planung meiner Reise berücksichtige. Denken Sie außerdem an das Wetter und die beste Zeit, um Ihr ausgewähltes Reiseziel zu besuchen, John. Es kann Ihre Erfahrung stark beeinflussen. Vergiss nicht, wichtige Dinge wie bequeme Schuhe, einen Reiseführer und eine Kamera einzupacken, um deine Erinnerungen festzuhalten, John. Ich notiere mir das, Anna. Es ist wichtig, für eine reibungslose und angenehme Reise gut vorbereitet zu sein. Bleib schließlich umvoreingenommen und nimm das Abenteuer an, John. Kurzreisen sind eine großartige Möglichkeit, neue Orte zu entdecken und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Ich freue mich auf diesen Kurztrip und darauf, in eine neue Umgebung einzutauchen. Ich freue mich für dich, John. Genießen Sie Ihre Reise und machen Sie das Beste aus Ihrer Auszeit. Sicher reisen! Danke, Anna. Ihre Vorschläge und Ihre Unterstützung bedeuten mir viel. Ich werde mit Sicherheit eine unvergessliche Reise haben, bis wir uns wieder unterhalten. Lektion 6 – Zusammen kochen Vorbei und wir können zusammen kochen. Perfekt! Ich werde dafür sorgen, dass alle Zutaten bereit sind. Das klingt nach einem lustigen Plan, John. Welches Gericht haben Sie für unsere Kochsession im Sinn? Wie wäre es, wenn wir versuchen, hausgemachte Pizza zuzubereiten? Wir können unsere Lieblingsbeläge auswählen und den Vorgang genießen. Hausgemachte Pizza klingt köstlich, John. Ich freue mich darauf, unsere eigenen maßgeschneiderten Geschmacksrichtungen zu kreieren. Großartig! Großartig! Beginnen wir mit der Zubereitung des Teigs. Wir benötigen Mehl, Hefe, Wasser, Salz und ein bisschen Olivenöl. Ich helfe dir mit der Kohle, John. Es ist wichtig, das Rezept genau zu befolgen, um die richtige Textur zu erzielen. Absolut, Anna! Wir kneten den Teig, bis er glatt und elastisch ist und lassen ihn dann eine Weile gehen. Während der Teig ruht, können wir die Pizzasause zubereiten. Wir brauchen Tomaten, Knoblauch, Basilikum und etwas Olivenöl. Hört sich gut an, Anna! Lass uns die Tomaten hacken, den Knoblauch hacken und sie mit den anderen Zutaten vermischen, bis eine würzige Sause entsteht. Sobald die Sause fertig ist, können wir mit den Belegen fortfahren. Was sind deine Lieblings-Pizzar-Belege, John? Ich liebe eine klassische Kombination aus Mozzarella-Käse, Peperoni, Zwiebeln und Paprika. Wie steht's mit dir, Anna? Ich genieße eine mit Gemüse beladene Pizza mit Champignons, Oliven, Spinat und Filterkäse. Es ist eine gesunde und leckere Option. Gute Entscheidungen, Anna! Wir können eine Vielzahl von Belegen zubereiten, um unseren Vorlieben gerecht zu werden. Nachdem der Teig aufgegangen ist, können wir ihn in kleinere Portionen teilen und sie zu Pizzaboden formen. Das stimmt, Anna! Wir rollen den Teig aus, fügen die Sause und die Toppings hinzu und backen sie dann in einem heißen Ofen. Es ist wichtig, den Ofen auf einer hohen Temperatur vorzuheizen, damit eine knusprige Kruste entsteht, John. Absolut, Anna! Wir wollen, dass unsere rausgemachten Pizzen die perfekte Balance zwischen Kauigkeit und Knusprigkeit haben. Während die Pizzen backen, können wir einen frischen Salat oder etwas Knoblauchbrot als Beilage zubereiten. Das klingt nach einer großartigen Idee, Anna! Ein erfrischender Salat oder Knoblauchbrot passen gut zu den Pizzen. Sobald die Pizzen goldbraun sind und der Käse geschmolzen ist, können wir sie aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Geduld ist der Schlüssel, Anna! Es ist schwer, dem verlockenden Duft zu widerstehen, aber wir wollen uns nicht die Zungen verbrennen. Schließlich können wir die Pizzen in Scheiben schneiden, auf Tellern servieren und unser hausgemachtes Festmahl genießen. Ich kann es kaum erwarten, mich darauf einzulassen, Anna! Zusammen zu kochen und gemeinsam zu essen ist immer ein besonderes Erlebnis. In der Tat, John! Es ist eine wunderbare Art, sich zu verbinden und Erinnerungen zu schaffen. Lass uns jeden Bissen genießen! Danke, dass Du meine Kochpartnerin bist, Anna! Ich schätze Ihren Enthusiasmus und Ihre Fähigkeiten in der Küche! Das Vergnügen liegt bei mir, John! Das gemeinsame Kochen ist immer eine Freude! Prost auf unsere selbstgemachte Pizza! Prost! Auf gutes Essen, gute Gesellschaft und die Freude an kulinarischen Abenteuern! Lektion 7 Verlockende vegetarische Option Das klingt verlockend! Ist es eine vegetarische Option? Ja, das ist es! Ich habe heute eine leckere Gemüsepfanne für uns zubereitet! Das freut mich zu hören, Anna! Ich versuche, mehr pflanzliche Mahlzeiten in meine Ernährung aufzunehmen! Das ist ein großartiger Ansatz, John! Vegetarische Gerichte können sowohl nahrhaft als auch voller Geschmack sein! Welches Gemüse hast du für die Bratpfanne verwendet, Anna? Ich habe eine bunte Mischung aus Paprika, Brokkoli, Karotten und Zuckererbsen verwendet! Es ist eine lebendige Kombination! Das klingt wunderbar, Anna! Ich liebe die Vielfalt an Texturen und Aromen, die verschiedene Gemüsesorten mit sich bringen! Absolut, John! Für ein rundes Gericht ist es wichtig, eine gute Gemüsemischung zu haben! Haben Sie Saucen oder Gewürze verwendet, um den Geschmack zu verbessern? Ja, ich habe eine Sojasauce mit einem Hauch von Knoblauch und Ingwer hinzugefügt! Sie verleiht der Bratpfanne einen herzhaften und aromatischen Geschmack! Das klingt köstlich, Anna! Ich mag die Umamia-Romen, die Sojasauce in Gerichte bringt! Es verleiht in der Tat eine schöne Geschmackstiefe! Ich habe auch etwas Sesam darüber gestreut, um eine knusprige Textur zu erhalten! Sesamsamen sind eine großartige Ergänzung, Anna! Sie verleihen nicht nur Textur, sondern auch einen nussigen Geschmack! Absolut, John! Es sind die kleinen Details, die ein Gericht aufwerten und es köstlicher machen können! Als Serviervorschlag können wir die Bratpfanne mit gedämpftem Reis oder Nudeln als Beilage genießen! Reis oder Nudeln klingen beide nach großartigen Beilagen, Anna! Sie werden die Aromen der Bratpfanne ergänzen! Und wenn Sie etwas Hitze mögen, können wir eine Prise Chili-Flocken oder einen Spritzer Schriracha-Sauce hinzufügen! Ich mag ein bisschen Schärfe, Anna! Ein Hauch von Chili oder Schriracha verleiht dem Gericht auf jeden Fall einen Kick! Wunderbar! Freut mich, dass dir die vegetarische Bratpfanne zusagt, John! Es ist eine nahrhafte und sättigende Option! Danke, dass du meine Ernährungspräferenzen berücksichtigt hast, Anna! Ich schätze deine Nachdenklichkeit! Du bist willkommen, John! Es ist wichtig, allen Vorlieben gerecht zu werden und gemeinsam genussvolle Mahlzeiten zu kreieren! In der Tat, Anna! Kochen und Teilen von Mahlzeiten ist eine wunderbare Möglichkeit, verschiedene Geschmacksrichtungen miteinander zu verbinden und zu schätzen! Absolut, John! Essen bringt Menschen zusammen! Lass uns diese vegetarische Bratpfanne genießen! Ich freue mich darauf, Anna! Lassen Sie uns eintauchen und die Aromen dieses köstlichen Gerichts genießen! Guten Appetit, John! Möge diese Mahlzeit ein herrliches Fest für unseren Gaumen sein! Danke, Anna! Prost auf gutes Essen und die Freude, vegetarische Optionen zu erkunden! Lektion 8 Tickets kaufen Müssen wir Tickets für das Konzert im Wohaus kaufen? Überhaupt nicht, John! Wir können einfach zum Ticketschalter gehen oder einen Automaten am Veranstaltungsort benutzen! Das ist praktisch! Das erspart uns die Mühe, Tickets im Wohaus zu kaufen! Ja, es ist ein unkomplizierter Vorgang, Tickets vor Ort zu bekommen! Gibt es einen Ticketschalter in der Nähe des Eingangs des Konzertsaals? Ja, normalerweise gibt es direkt am Eingang einen Ticketschalter für einen einfachen Zugang! Das ist praktisch! Wir müssen nicht weit gehen, um unsere Tickets zu bekommen! Alternativ verfügen einige Veranstaltungsorte über Selbstbedienungsautomaten für Ticketkäufe! Wie funktionieren die Selbstbedienungsautomaten? Sie wählen einfach die gewünschte Anzahl an Tickets aus, zahlen und der Automat gibt die Tickets aus! Das klingt einfach und benutzerfreundlich! Ist es, John! Die Automaten sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind und einen reibungslosen Ticketkauf ermöglichen! Gibt es irgendwelche Vorteile, den Ticketschalter anstelle des Automaten zu benutzen? Ein Vorteil ist, dass sie mit einem Mitarbeiter am Ticketschalter interagieren können, wenn sie Fragen haben oder Hilfe benötigen! Das ist hilfreich, insbesondere wenn wir spezielle Anfragen haben oder Beratung benötigen! Darüber hinaus akzeptiert der Ticketschalter möglicherweise verschiedene Zahlungsmethoden, einschließlich Bargeld! Das ist gut zu wissen! Es bietet Flexibilität bei den Zahlungsoptionen! Die Selbstbedienungsautomaten akzeptieren jedoch häufig auch verschiedene Zahlungsmethoden, einschließlich Kreditkarten! Das ist praktisch für diejenigen, die lieber Karten für Transaktionen verwenden! Ja, es geht auf unterschiedliche Vorlieben ein und macht den Vorgang für alle bequemer! Insgesamt scheint der Kauf von Tickets für das Konzert ein unkomplizierter Vorgang zu sein! Absolut, John! Ob wir uns für den Ticketschalter oder die Selbstbedienungsautomaten entscheiden, es sollte kein Problem sein! Stellen wir sicher, dass Sie mit genügend Zeit am Veranstaltungsort ankommen, um unsere Tickets zu kaufen und unsere Plätze zu finden! Einverstanden, John! Eine vorausschauende Planung gewährleistet ein reibungsloses und angenehmes Konzerterlebnis! Hier geht es darum, mühelos Tickets zu kaufen und ein fantastisches Konzert zu genießen! Prost darauf! Mögen wir einen reibungslosen Ticketkauf und eine unvergessliche Zeit beim Konzert haben! Prost! Lassen Sie uns die Aufregung der Livemusik genießen und die Erinnerungen, die wir während des Konzerts hinterlassen haben, in Erinnerung behalten! Lektion 9 Verbesserter Komfort am Arbeitsplatz Ja, es bietet mehr Komfort für die Mitarbeiter! Auf welchen Aspekt beziehen Sie sich? Ich spreche von den flexiblen Sitzmöglichkeiten im Büro! Es gibt den Mitarbeitern die Freiheit, zu wählen, wo sie arbeiten! Das ist interessant, Anna! Das heißt, Sie sind nicht auf einen bestimmten Schreibtisch oder eine bestimmte Kabine beschränkt? Genau, John! Das Büro bietet verschiedene Sitzbereiche wie städtische, gemütliche Ecken und Gemeinschaftsräume! Das klingt nach einer erfrischenden Abwechslung! Es ermöglicht den Mitarbeitern, einen Arbeitsbereich zu finden, der ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht! Absolut, John! Manche Leute ziehen es vor, während der Arbeit zu stehen, während andere eine entspanntere Sitzanordnung bevorzugen! Ich kann mir vorstellen, dass das zu mehr Komfort und Produktivität beitragen würde! Es ist wichtig, Optionen am Arbeitsplatz zu haben! Es steigert definitiv die Produktivität, John! Wenn Mitarbeiter wählen können, wo sie arbeiten, fühlen sie sich gestärkt und motivierter! Ich stimme zu, Anna! Sich am Arbeitsplatz wohl zu fühlen, kann sich positiv auf die Konzentration und das allgemeine Wohlbefinden auswirken! Und es geht nicht nur um körperlichen Komfort! Das Büro legt auch Wert auf gute Beleuchtung und angemessene Ergonomie! Gute Beleuchtung und ergonomische Möbel sind für ein gesundes und förderliches Arbeitsumfeld unerlässlich! Absolut, John! Ausreichende Beleuchtung reduziert die Belastung der Augen und ergonomische Möbel unterstützen eine gute Körperhaltung und reduzieren Beschwerden! Es ist toll zu sehen, dass Unternehmen in das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter investieren! Es schafft eine positive Arbeitskultur! Definitiv, John! Wenn sich Mitarbeiter geschätzt und umsorgt fühlen, ist es wahrscheinlicher, dass sie engagiert und zufrieden mit ihrer Arbeit sind! Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna! Es ist eine Win-Win-Situation sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen! Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind, John! Wenn dem Komfort der Mitarbeiter Priorität eingeräumt wird, führt dies zu einem harmonischeren und produktiveren Arbeitsplatz! In der Tat, Anna! Ein angenehmes Arbeitsumfeld fördert Kreativität, Zusammenarbeit und allgemeine Arbeitszufriedenheit! Es ist wunderbar zu sehen, welche positiven Auswirkungen einfache Änderungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter haben können! Absolut, Anna! Es erinnert daran, dass kleine Anpassungen einen großen Unterschied im Leben der Menschen machen können! Und es ist ermutigend zu sehen, dass Unternehmen die Bedeutung des Mitarbeiter-Komforts erkennen und Maßnahmen ergreifen, um ihn zu verbessern! Ich hoffe, dass mehr Unternehmen diesem Beispiel folgen und dem Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter Priorität einräumen! Hoffen wir es, John! Jeder verdient ein angenehmes und unterstützendes Arbeitsumfeld! Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna! Hier sind die Arbeitsplätze, an denen der Komfort der Mitarbeiter an erster Stelle steht und die für ein positives Arbeitserlebnis sorgen! Prost! Mögen mehr Unternehmen den Wert von Komfort und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu schätzen wissen! Prost darauf! Ein komfortabler Arbeitsplatz führt zu glücklichen und erfolgreichen Mitarbeitern! Lektion 10 Essentielle Liste Die Liste steht auf jeden Fall an erster Stelle! Ich schreibe die wichtigsten Dinge auf, die wir für unsere Reise benötigen! Das ist eine gute Idee, John! Eine Checkliste stellt sicher, dass wir nichts Wichtiges vergessen! Fangen wir mit den Grundlagen an! Wir benötigen Kleidung, Toilettenartikel und Reisedokumente! Absolut, John! Vergessen Sie nicht, genügend Outfits für die Dauer der Reise und besondere Anlässe mitzunehmen! Das ist ein kluger Vorschlag, John! Es ist auch eine gute Idee, einen Reiseadapter zum Aufladen unserer Geräte dabei zu haben! Guter Punkt! Das füge ich der Liste hinzu! Wir sollten auch eine Kamera mitbringen, um unsere Erinnerungen festzuhalten! Definitiv, John! Eine Kamera ist unverzichtbar, um unsere Abenteuer zu dokumentieren und bleibende Erinnerungen zu schaffen! Wir sollten auch ein paar Snacks für die Reise einpacken, besonders wenn es eine lange Reise ist! Ich füge der Liste Snacks hinzu, zusammen mit einer nachfüllbaren Wasserflasche, um hydratisiert zu bleiben! Wir sollten auch alle spezifischen Punkte berücksichtigen, die auf dem Reiseziel und den von uns geplanten Aktivitäten basieren! Das stimmt, John! Wenn wir wandern gehen, brauchen wir festes Schuhwerk und entsprechende Outdoor-Ausrüstung! Ich mache mir eine Notiz, um das Wetter und das Gelände unseres Reiseziels zu untersuchen und entsprechend zu packen! Gute Idee! Wir sollten auch etwas Unterhaltung für die Reise mitbringen, wie Bücher oder Musik! Unterhaltung ist unerlässlich, Anna! Es hilft uns, die Zeit zu vertreiben und unterhält uns auf langen Flügen oder Fahrten! Und vergessen Sie nicht wichtige Dokumente wie Reisepässe, Ausweise und alle erforderlichen Reisevisa! Absolut, Anna! Wir sollten überprüfen, ob wir alle erforderlichen Dokumente haben, bevor wir gehen! Schließlich ist es eine gute Idee, ein Erste-Hilfe-Set mit grundlegenden medizinischen Hilfsgütern für Notfälle dabei zu haben! Sicherheit geht vor, Anna! Ich füge der Liste auch ein Erste-Hilfe-Set hinzu! Großartig! Mit dieser Liste sind wir gut auf unsere bevorstehende Reise vorbereitet! Ich freue mich, dass wir proaktiv und organisiert sind! Das wird unsere Reise viel reibungsloser machen! Definitiv, John! Vorbereitet zu sein reduziert Stress und ermöglicht es uns, uns darauf zu konzentrieren, unsere Reise zu genießen! Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna! Auf ein gut geplantes und unvergessliches Abenteuer! Prost! Möge unsere Checkliste sicherstellen, dass wir alles haben, was wir für eine fantastische Reise benötigen! Prost darauf! Lassen Sie uns diese Reise zu einer unvergesslichen Reise machen und gemeinsam tolle Erinnerungen schaffen! Lektion 11 – Entscheidungen treffen Ich bin mir nicht sicher, wie ich das angehen soll! Irgendein Rat? Nun, bereiten Sie zunächst eine Liste mit Gründen vor, warum Sie diese Entscheidung in Betracht ziehen! Das ist ein guter Ausgangspunkt, Anna! Das Aufschreiben der Vor- und Nachteile kann helfen, Dinge zu klären! Definitiv, John! Auf diese Weise können Sie die Vor- und Nachteile klarer erkennen! Wie wege ich die Bedeutung der einzelnen Faktoren ab, sobald ich die Liste habe? Weisen Sie jedem Grund einen Wert oder eine Gewichtung zu, basierend auf seiner Bedeutung für Sie! Das macht Sinn! Den Faktoren, die mir am wichtigsten sind, Vorrang einzuräumen! Genau, John! Es hilft Ihnen, Prioritäten zu setzen, was wirklich wichtig ist, um die Entscheidung zu treffen! Was ist, wenn die Gründe auf der Liste widersprüchlich sind oder gleich wichtig erscheinen? Berücksichtigen Sie in diesem Fall die langfristigen Folgen und möglichen Ergebnisse jeder Entscheidung! Also sollte ich darüber nachdenken, wie jede Option mit meinen Zielen und Werten übereinstimmt? Ja, John! Ihre Ziele und Werte sollten Ihren Entscheidungsprozess leiten! Das ist eine hilfreiche Perspektive, Anna! Das gibt mir einen Rahmen, um meine Optionen zu bewerten! Lassen Sie sich außerdem von vertrauenswürdigen Freunden oder Mentoren beraten, die unterschiedliche Perspektiven bieten können! Guter Punkt, Anna! Manchmal kann eine Meinung von außen Aufschluss über Dinge geben, die wir vielleicht übersehen haben! Und vergiss nicht, auf deine Intuition zu hören! Manchmal kann dich dein Bauchgefühl in die richtige Richtung leiten! Meinen Instinkten zu vertrauen ist etwas, an das ich mich erinnern sollte! Es ist wichtig, auf mich selbst zu hören! Absolut, John! Ihre Intuition kann Sie oft zur richtigen Entscheidung führen! Wie treffe ich die endgültige Entscheidung, wenn ich alle Informationen und Perspektiven gesammelt habe? Nehmen Sie sich etwas Zeit, um darüber nachzudenken und zu überlegen, wie jede Option Ihren Werten und langfristigen Zielen entspricht! Es geht also darum, die Option zu finden, die sich am authentischsten anfühlt und zu dem passt, was ich bin! Genau, John! Eine Entscheidung zu treffen, die Sie auf einer tieferen Ebene anspricht, ist normalerweise die richtige Wahl! Ich schätze deinen Rat, Anna! Es hat mir ein klareres Verständnis dafür gegeben, wie ich an diese Entscheidung herangehen soll! Du bist willkommen, John! Denken Sie daran, dass Entscheidungen schwierig sein können, aber mit dem richtigen Prozess werden Sie die beste Wahl für sich selbst treffen! Danke für deine Anleitung, Anna! Ich fühle mich jetzt selbstbewusster, wenn ich vorankomme! Ich freue mich, dass ich helfen konnte, John! Vertraue dir selbst und alles wird sich ergeben! In der Tat, Anna! Es geht darum, fundierte Entscheidungen zu treffen und den eingeschlagenen Weg zu beschreiten! Prost! Möge Ihre Entscheidung Sie auf eine erfüllende und lohnende Reise führen! Prost darauf! Ich bin bereit, diese Entscheidung mit Klarheit und Überzeugung zu treffen! Lektion 12, Kunstverständnis Es ist eine gute Möglichkeit, Kunst zu schätzen und neue Dinge zu lernen! Absolut, John! Kunst fesselt unsere Sinne und erweitert unser Verständnis! Ich finde es faszinierend, wie Kunst unterschiedliche Emotionen und Interpretationen hervorrufen kann! Das ist das Schöne an Kunst, John! Es spricht jedes Individuum auf einzigartige Weise an! Ich erkunde gerne verschiedene Kunstformen wie Gemälde, Skulpturen und sogar Performance-Kunst! Jede Kunstform bietet ihre eigene Erfahrung und ihr eigenes Geschichten erzählen! Es ist erstaunlich, wie Künstler durch ihren kreativen Ausdruck Botschaften und Ideen vermitteln können! Kunst ermöglicht es uns, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und unser eigenes Denken herauszufordern! Ich stimme zu, Anna! Es ermutigt uns, die Schönheit um uns herum zu hinterfragen, zu schätzen und darüber nachzudenken! Und Kunst hat die Möglichkeit, Sprachbarrieren zu überwinden und sie zu einer universellen Sprache zu machen! Das stimmt, Anna! Kunst kann kommunizieren und Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen verbinden! Es ist ein leistungsstarkes Instrument zur Förderung von Verständnis und Empathie! Ich schätze auch, wie Kunst den sozialen und historischen Kontext ihrer Zeit widerspiegeln kann! Kunst fängt Momente der Geschichte ein und kann als Dokumentation der kulturellen Entwicklung dienen! Und der Besuch von Kunstgalerien und Museen bietet ein kuratiertes Erlebnis, um in die Kunst einzutauchen! Es bietet einen Raum, um sich konzentriert und kontemplativ mit Kunst auseinanderzusetzen! Ich finde es inspirierend, die Werke Renommörter Künstler zu sehen und neue Talente zu entdecken! Es ist eine Gelegenheit, verschiedenen künstlerischen Stilen und Techniken ausgesetzt zu werden! Und Kunst kann unsere eigene Kreativität anregen und neue Ideen in verschiedenen Lebensbereichen auslösen! Absolut, John! Es ermutigt uns, kreativ zu denken und unsere eigenen künstlerischen Ausdrucksformen zu erforschen! Lassen Sie uns also Wert darauf legen, Kunst zu schätzen und die Schönheit zu erkunden, die sie zu bieten hat! Ich stimme zu, John! Lassen Sie uns Kunst als Quelle der Inspiration und des persönlichen Wachstums nutzen! Auf die Freude an der Kunst und die unendlichen Möglichkeiten, die sie in unser Leben bringt! Prost darauf! Mögen unsere künstlerischen Reisen voller Wunder und Entdeckungen sein! Prost! Begeben wir uns auf dieses kreative Abenteuer und lassen wir Kunst unsere Seele bereichern! Lektion 13 Erschwingliche Preise Der Preis dieses Modells, ja! Es ist im Vergleich zu anderen preiswert! Das ist gut zu hören, John! Erschwinglichkeit ist für viele Menschen ein wichtiger Faktor! Absolut, Anna! Ein Produkt zu finden, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, ist immer ein Plus! Es ist wichtig, die Funktionen und die Qualität gegen den Preis abzuwägen, den wir zahlen! Ich stimme zu, Anna! Manchmal bedeuten höhere Preise nicht unbedingt bessere Qualität! Das stimmt, John! Wir sollten nach Produkten suchen, die unseren Bedürfnissen entsprechen, ohne das Budget zu sprengen! Das Recherchieren und Vergleichen von Preisen kann uns helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen! Es ist wichtig, Faktoren wie Haltbarkeit, Funktionalität und Kundenrezensionen zu berücksichtigen! Und es lohnt sich auch, nach Rabatten oder Sonderangeboten zu suchen, um das beste Angebot zu erhalten! Ja, wenn wir Sonderangebote oder saisonale Angebote nutzen, können wir Geld sparen! Außerdem ist es wichtig, den langfristigen Wert eines Produkts zu berücksichtigen! Das ist ein gutes Argument, John! Manchmal können wir auf lange Sicht Geld sparen, wenn wir etwas mehr im Wohaus ausgeben! Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Qualität und Erschwinglichkeit zu finden! Und unsere eigenen Bedürfnisse und Prioritäten zu verstehen, wenn wir Kaufentscheidungen treffen! Absolut, Anna! Es geht darum, den idealen Ort zu finden, an dem Qualität auf einen vernünftigen Preis trifft! Und wir achten auf unser Budget und bekommen trotzdem ein Produkt, das uns gute Dienste leistet! Lassen Sie uns also beim Kauf immer den Preis neben anderen wichtigen Faktoren berücksichtigen! Ich könnte nicht mehr zustimmen, John! Seien wir kluge Käufer und treffen wir fundierte Entscheidungen! Es geht darum, preisgünstige Produkte zu finden, die uns sowohl Zufriedenheit als auch Wert bieten! Prost darauf! Mögen unsere Einkäufe immer unseren Bedürfnissen und unserem Budget entsprechen! Prost! Lassen Sie uns mit einem anspruchsvollen Auge durch die Welt der Preisgestaltung navigieren und kluge Entscheidungen treffen! Lektion 14 Ruhige Kleinstadt Ich war einmal in einer bezaubernden Kleinstadt mit malerischer Aussicht! Es war so friedlich! Das klingt wunderbar, John! Kleine Städte haben oft einen einzigartigen Charme und eine einzigartige Ruhe! Absolut, Anna! Es war eine erfrischende Flucht vor der Hektik des Stadtlebens! Ich liebe es, kleine Städte zu besuchen und ihre verborgenen Schätze zu erkunden! Ich auch, Anna! Die Einfachheit und das langsamere Tempo des Lebens haben etwas Besonderes an sich! Hattest du einen Lieblingsplatz oder eine Lieblingsansicht in dieser kleinen Stadt? Ja, es gab einen wunderschönen Fluss, der durch die Stadt floss, umgeben von üppigem Grün! Das klingt idyllisch, John! Die Natur hat eine Art, Frieden und Gelassenheit zu bringen! Es war eine Freude, am Flussufer entlang zu gehen und die ruhige Atmosphäre zu genießen! Kleine Städte bieten oft einen Einblick in die lokale Kultur und Traditionen! Hast du das erlebt? Definitiv, Anna! Ich hatte die Gelegenheit, mit freundlichen Einheimischen zu interagieren und mehr über ihre Bräuche zu erfahren! Das ist einer der Vorteile kleiner Städte, die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Gemeinde! Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna! Es schafft ein Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit! Sind Sie in dieser kleinen Stadt auf einzigartige Sehenswürdigkeiten oder historische Städten gestoßen? Ja, es gab eine bezaubernde alte Kirche mit wunderschöner Architektur, die viel Geschichte enthielt! Die Erkundung historischer Städten gibt uns einen Einblick in die Vergangenheit der Stadt und ihrer Bedeutung! Es ist, als würde man in die Vergangenheit reisen und das Erbe des Ortes schätzen! Das ist eine der Freuden, wenn man kleine Städte besucht, das authentische und herzhafte Essen! Es war ein unvergessliches Erlebnis, Anna, und ich hoffe, in Zukunft weitere bezaubernde Kleinstädte besuchen zu können! Mir geht es genauso, John! Kleine Städte haben die Art, unsere Herzen mit ihrer Schönheit und Einfachheit zu erobern! Auf die Ruhe und den Charme kleiner Städte, in denen wir Ruhe finden und bleibende Erinnerungen schaffen können! Prost darauf! Mögen unsere Reisen uns in malerischere Kleinstädte führen und unsere Seele mit Ruhe erfüllen! Prost! Lassen Sie uns die Schönheit dieser verborgenen Juwelen genießen und die friedlichen Momente genießen, die Sie bieten! Lassen Sie uns die Tommer aus dieser SISL als die Showofereichung gegenseinigen! Pläne ... ajst du ... Vores zu Gacht ... Pfands ... Maas ... ering ... A- Q. Maas ...